Was ist die Schadensfälle? Wir haben in den beiden Ländern, die bei uns besonders von Katastrophen betroffen waren, nämlich in Frankreich und den Ländern Osteuropas, eine besonders akkurate Strategie zur Schadensabwicklung umgesetzt. Sie betroffen einerseits eine Modifizierung des Abwicklungsprozesses, den haben wir verschlankt und beschleunigt, um die Zahlungen früher zu leisten, und andererseits das sogenannte Vorortmanagement. Das heißt, wir haben die Zentralisierung der Schadensabwicklung aufgegeben und sie dezentralisiert und dabei physisch Mitarbeiter vor Ort gebracht. Ferner haben wir vor Ort Personal eingestellt. Wenn wir uns die Zahlen einmal anschauen, erkennen wir, dass wir in einem LV-Markt, der alleine von Einmalprämien getrieben wurde, zu noch mehr als 50 Prozent mit wiederkehrenden Prämien zu tun haben. Also den Prämien mit längerer Dauer und auch höheren Margen. Wir haben die Unitlink vorangetrieben und im Ausland beispielsweise hatten wir 16, 40 Prozent des Geschäftes ohne Garantien. Das Thema der Garantien ist heute ein sehr wichtiges Thema. Wir haben den Anteil des Steuern und Ablösungen vermindert und zwar mit einem verstärkten Telemarketing, um so die Kunden in der Gruppe zu halten. Der Inflow, also der Cashflow, das haben wir gesehen, beträgt 16 Milliarden Euro.